Was geht Leute? Willkommen auf meinem schönen Dekord! Folgendes! Keine Frage, beziehungsweise eine Information für deine Koffee. Ich wollte wissen... Warte mal, ich muss mal hier näher ranrutschen, da gibst du alle die an. Ich muss erstmal hier an, alle die neue gewöhnen, hier komplett geile Qualität, ja nicht hier sich auf einmal plötzlich da... Okay. So, und zwar, ähm, keine Frage. Und zwar, ähm, nehmt euch bitte die Zeit, das ist ganz wichtig, ich will jetzt in den Kommentaren lesen, was wir genau öfters bringen sollen. Ich gebe euch mal folgende Sachen als Thema, ja, das bedeutet, ich habe da so ein paar Sachen zur Auswahl, was ihr öfters sehen wollt. Im Endeffekt laden wir trotzdem hier vieles hoch, was vielleicht jetzt auch nicht dem entspricht, für was du dich interessierst. Aber ich möchte trotzdem so mal ein bisschen so eine kleine Auswertung haben. Ich hoffe, wir schreiben überhaupt welche Kommentare, ne? Wenn sie es nicht machen, ja... Was ist hier los? 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 Ja, wäre geil, wenn auf jeden Fall Leute, ähm, was kommentieren würden. Und zwar, pass auf, zur Auswahl erstens wäre, und das ist auch richtig schwer, und das ist eigentlich das Schwierigste von allen, das alles zu schneiden und zu drehen, weil es müssen immer wieder Leute anwesend sein und es muss genug Material sein, ähm, wo man drüber überhaupt was erzählen kann, ja. Und das wäre das erste, so ein Wochenrückblick von dem Tintenfüller-Team, ja. So eine Art Soap, eine Tintenfüller-Soap. Ich wollte schon die ganze Zeit machen, und jetzt haben wir eigentlich die Qualität, wo ich sage, ja, das kann man so hochladen und wäre geil. Oh, Licht ist gerade ausgegangen. Fuck, fuck you. Aber, wir versuchen es einfach mal. Wenn denn einmal die Woche so ein Video nicht hochkommt, äh, hochkommt, ja, genau. Ja, kommst du hoch? Ja, klar, komm hoch. Ähm, nee. Okay. Dann dürft ihr uns natürlich nicht böse sein, weil, ähm, naja, wie soll ich sagen, ne, das muss alles geschnitten werden, angeguckt werden, das ist ja, meistens ist es so, ihr müsst euch das so vorstellen, viele wissen es da draußen ja gar nicht. Du hast ungefähr drei Stunden Filmmaterial von dieser ganzen Woche irgendwie gesammelt. Dann muss man da ein bisschen was einbauen, was welcher Tag ist, würde ich sagen, oder ein bisschen was zu dem Thema erzählen. Das müssen wir irgendwie alle, das wäre mega geil, wenn wir das so hinkriegen. Und, äh, das Problem ist, wie gesagt, von diesen drei Stunden, die man dann hat, von dieser ganzen Woche, muss man ja die besten Highlights raussuchen, beziehungsweise, was heißt jetzt Highlights? Viele erwarten jetzt, dass sofort da mal irgendwas passiert, irgendwas lustiges ist. Nein. Generell einfach Highlights, wie eine kleine Erklärung zu dem Tattoo, oder was ist denn die Geschichte von diesem Tattoo. Ich will auf jeden Fall eine Soap drehen, auch, äh, Gespräche von uns und, äh, wie uns sehr viele hier kennen. Wir sind ja wie so ein kleines Ehepaar, beziehungsweise, wir sind alle wie so eine Familie hier, ne. Und, ähm, das finde ich, sollten wir doch einfach auf die Kamera bringen. Ähm, das gibt es so auch nicht. Wir werden die ersten damit, die damit starten, deswegen alle, die es nachmachen. Und, ähm, ich würde sagen, das machen wir. Aber, wie gesagt, seid uns nicht böse, wenn es mal irgendwie eine Woche nicht klappt, weil ich muss das halt alles schneiden und, beziehungsweise, ich muss mal den Nico endlich mal beibringen, wie das so ein bisschen funktioniert. Der ist nämlich ein bisschen grobmotorisch, das heißt, wenn du den in der Maus in der Hand legst, dann, ja, wie soll ich sagen, nimmt er die und dann trifft er die weg. Das wäre die erste Sache. Zweite Sache ist, ähm, Tattoo-Timelapse, die kennt ihr ja schon auf meinem Profil, ähm, wollt ihr mehr davon sehen, weil ich habe jetzt lange nicht mehr sowas gemacht, dann, äh, schreibt es einfach in die Kommentare und auch von anderen Tätowierern. Ich rede jetzt nicht nur von meinen, also von meinen Werken, sondern von allen anderen auch, wenn mal was Interessantes dabei ist, ob wir das nicht auch filmen sollen. Äh, drittens wäre einfach, ähm, so lassen, wobei mir fällt gerade auf, während ich dieses Video hier gerade aufnehme, habe ich schon die perfekte Lösung gefunden und ich bin ganz, äh, ihr seid bestimmt, äh, meiner Meinung. Ich glaube, so eine Tintenfüller-Soap vom Laden, so ein Wochenrückblick wäre ideal, der dann quasi jeden Sonntag hochgeladen wird. Vielleicht auch mal einen Montag müssen wir gucken, wie das halt immer gerade so passt. Das ist halt alles nicht so einfach. Wie gesagt, es ist sehr viel Filmmaterial, das was dahinter steckt, was man alles durchgehen muss. Und das war gerade ein bisschen wirklich gemortig. Ähm, ja, gucken wir uns einfach mal an. Ich glaube, ich brauche gar nichts mehr hier zur Auswahl geben. Wenn ich, ähm, falls ihr noch irgendwas habt da draußen, ja, irgendeinen Wunsch, dann schreibt das einfach in die Kommentare. Ich habe jetzt zwei Sachen, glaube ich, nur zur Auswahl gehabt, weil die anderen... Es kommt immer wieder ein Video, wenn ich jetzt was mit Zelt drehe oder wenn ich jetzt was mit dem drehe, wo was interessant ist, dann mache ich das halt wieder. Oder ein bisschen was aus dem Leben oder Urlaub im Pipapo. Wir sind ja jetzt bald alle, ähm, machen einen Tintenfüller-Ausflug quasi über mehrere Tage. Ähm, da wird sowieso auch wieder gedreht. Das ist ja dann wieder so ein bisschen Tintenfüller-Soap. Aber das machen wir sowieso schon die ganze Zeit. Eigentlich im Endeffekt mehr habe ich gar nicht zur Auswahl. Aber vielleicht hast du da draußen ja noch eine perfekte, ähm, Sache, die wir wissen müssen. Deswegen schreib es in die Kommentare. Nimm das bitte hier ernst. Wenn du überhaupt so weit dieses Video geschaut hast, das wäre natürlich schon ideal. Und, äh, das war's an dieser Stelle. Gib dem Video ein Däumchen nach oben. Und, ähm, abonniert den Channel und aktiviert die Glocke. Mein Gott, ich hab das alles gerade runtergerattert und geschafft. Was ist hier los? Jetzt hab ich's satt. Schicht im Schacht. Gute Nacht. Ich bin Rapper. Ja, ja, ja. So, ähm, an dieser Stelle bist du deine Antenne. Haut da rein. Ich hab mit dem Fahrstück. Die Tintenfüller-Satelliten. Wie viel vororts? Vielen Dank.